Und hier bei der Grastrocknungsanlage Erzigen werden Zuckerrüben, Schnitzel, Ballen gemacht diesen Morgen. Hier hinten werden sie gepresst und da kommen die Ballen und laden die Ballen auf. Die Ballen auf der Grastrocknungsanlage Erzigen. Die Ballen auf der Grastrocknungsanlage Erzigen. Die Ballen auf der Grastrocknungsanlage Erzigen. Das war's für heute. So, liebe Hütterfreunde, die Sonne scheint, aber es ist noch kalt wie die Sau und es ist jetzt 9 Uhr, ich muss nach Hause und Kaffee trinken und noch etwas arbeiten.